Ich bin kein toller Kommissar aus dem tollen Westen, der den Helden spülen will. Das ist jetzt hier ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wissen Sie, warum Ihre Töchter weg wurden? Meine Mädchen wollten nicht von der Welt. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo wollten sie hin? Einfach weg. Was passiert, Salfi? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir nicht gekriegt. Weiß deine Mutter, was du da treibst. So, jetzt macht er im All auf. Du weißt nichts. Gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ihr eigenen Kinder zu beerdigen. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Aber verlieren Sie das nicht. Sie wird es brauchen, wenn sie zurückkommt. Aber wir müssen uns das mal ausleihen. Aber wir müssen uns das mal ausleihen. Und 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 wir müssen das mal ausleihen. Untertitelung des ZDF, 2020